Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Powerpoint Tutorial. Heute zeige ich euch die Arbeit mit verschiedenen Layouts und wie ihr diese im Folienmaster verwalten könnt. Ich denke mal hier diese Folienansicht kennt jeder, der schon mal mit Powerpoint gearbeitet hat. Um eine neue Folie einzufügen, kann man hier oben über diesen Button gehen oder einfach einen Rechtsklick, neue Folie hier einfügen. Ich kann hier oben auch bei neue Folie direkt hier so ein Layout auswählen oder ich kann hier eine bestehende Folie mit einem Rechtsklick auch ein neues Layout zuteilen. Was viele nicht wissen, diese ganzen Layouts hier, die kann man selbst ständig bearbeiten, neue Layouts erstellen, Layouts rauslöschen, umbenennen und so weiter. Das geht eben alles über den Folienmaster und das ist im Prinzip so eine Art übergeordnete Vorlage für meine gesamte Präsentation. Und das ist eigentlich somit das Wichtigste, was man beachten sollte oder womit man arbeiten sollte, wenn man hier mit Powerpoint startet. In den Folienmaster kommen wir hier oben über Ansicht, Folienmaster und dann sehen wir hier schon direkt unsere ganzen Layouts. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel Layouts, die ich gar nicht benötige, einfach hier rauslöschen, mit entfernen oder ich könnte auch hier so ein Layout mit Rechtsklick Layout umbenennen, einen anderen Namen geben, zum Beispiel Test. Und wenn ich dann wieder mein Master-Layout bzw. meine Master-Ansicht schließe und hier einen Rechtsklick drauf mache auf meine Folie, sehe ich schon, ich habe weniger Layouts zur Verfügung und auch hier dieses Layout ist umbenannt worden. Das ist ein Vorteil, wenn ich hier eben über den Folienmaster gehe, dass ich hier meine ganzen Layouts verwalten kann. Ich kann aber auch zum Beispiel hier bei meinen übergeordneten Master, also quasi jeder Master hat hier auch die einzelnen Layouts, kann ich zum Beispiel Elemente einfügen, die auf jeden Layout sichtbar sein sollen. Zum Beispiel bei einer Firmenpräsentation wäre das ganz klassisch ein Logo. Ich kann hier unter Einfügen, Bilder, einfach mal ein Logo integrieren. Dieses hier zum Beispiel, das setze ich mal hier rechts oben rein. So zum Beispiel. Und man sieht hier schon, auf jeden Layout ist nun mein Logo drin. Ich kann es hier auch gar nicht bearbeiten, ich kann es nicht mehr anklicken. Und auch wenn ich jetzt mein Master schließe, sehe ich, hier in meiner Präsentation ist auf jeder Folie mein Element drin. Das ist dann wichtig, zum Beispiel bei sehr umfangreichen Präsentationen, sagen wir 100 Folien und mehr. Da kann ich hier mit einem einzigen Klick sozusagen einen Grafiken, Text, was auch immer, einfügen und er ist auf jeder Folie drauf. Das ist so der zweite große Vorteil bei der Arbeit mit diesem Folienmaster. Und zu guter Letzt kann ich hier im Master Sachen einstellen, die ich sonst für jedes Element händisch einzeln machen müsste. Und zwar so grundlegende Gestaltungssachen wie die Schriftart, Farben oder auch Designs. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier einfach andere Farben definieren. Zum Beispiel hier so ein Blau-Farb-Schema. Und nun kann ich hier, wenn ich zum Beispiel einen Text schreibe und hier die Farbe ändern möchte, habe ich hier meine Design-Farben angepasst. Genauso kann ich hier auch das gesamte Design ändern. Also zum Beispiel hier nicht dieses Standard Office Design, sondern zum Beispiel irgendwas so ganz Bundes hier könnte ich integrieren. Hier sehe ich auch schon, diese Präsentation hat ganz viel weitere Layouts, anders als die Standard Version. Ich könnte auch hier sogar einen neuen Folienmaster einfügen. Der bekommt hier auch die Nummer zwei. Und den zum Beispiel ein anderes Design-Farben. Und dann kann ich eben später hier in meiner Präsentation einen Rechtsklick drauf machen und zum Beispiel ein Layout von meinen einen Master auswählen oder ein Layout von meinem anderen oder wiederum ein Layout von meinem dritten Master und so meine Präsentation im Prinzip mit mehreren Layouts gestalten, falls das eben gewünscht sein sollte. Also das ist hier im Prinzip die Dreh- und Angelstelle für meine gesamte Präsentation. Dass ich die eben grundlegend aufbaue vom Layout her, aber auch von der Gestaltung. Und das sollte man eben grundsätzlich, bevor man irgendwelche Inhalte in die Präsentation einfügt, erstmal grundlegend anpassen. Ja, und so einfach ist im Prinzip die Arbeit mit diesen Master-Folien, mit den Layouts und vor allem, wie gesagt, bei umfangreicheren Präsentationen auf jeden Fall ein Must-Have. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit etwas beibringen. Bis dann, tschö.